Köstlichkeiten aus der Flachauer Küche. Heute auf Polnisch. Aha, ein Knädel. Das heißt Kluszka auf Polnisch, aber das werdet ihr wahrscheinlich wissen. Ja, Knädel verstehen die auch. Obwohl Knädel heißt Kartoffelknädel da oben, da muss man aufpassen. Ja, aber die kriegst du bei uns auch. Wo kommt der Knädel her? Aus Poln oder ist der im Flachau erfunden worden? Ich glaube, das wissen nicht einmal die Historiker. Aber weißt du, wie ein Flachau auf Polnisch heißt? Flachau ist einmalig, für das braucht es keine Übersetzung. Kartoffelknädel. Ja, aber die wissen das auch. Irgendwo stimmt jetzt nicht. Die kriegst du bei uns auch.